Georg Heinrich von Borke war ein preußischer Generalleutnant, Chef des Infanterieregiments Nr. 29 sowie Airpair auf Altwigsagen und Krinicke. Leben, Herkunft Seine Eltern waren der königlich-preußische Landrat Jürgen Heinrich von Borke und dessen Ehefrau Ottilia Dorothea, geborene von Quast aus dem Haus Garz in der Prignitz-Militärkarriere. Borke besuchte zunächst das Gymnasium in Stettin und wurde 1702 in das Kürassier-Regiment du Horossi, in dem zu dieser Zeit auch sein Vater diente. Aufgenommen, er war zunächst Wachtmeister und ab 1702 Kornett. Aber als sein Vater 1704 seinen Abschied nahm, ging auch er. 1705 nahm Borke als Freiwilliger am Feldzug am Rheinteil. 1706 übernahm ihn der Herzog von Württemberg als Hauptmann der Grenadiere seiner Leibwache. Im spanischen Erbfolgekrieg kämpfte er bei Malplacke und bei der Belagerung von Dornig. Dort wurde er schwer verletzt. Borke erholte sich und wurde noch 1709 Major. 1713 kam er nach Brandenburg zurück und wurde im Jahr darauf Oberstleutnant im Infanterieregiment von Schlabrendorf. Mit diesem nahm er am Pommernfeldzug 1715 1716 teil. Während des Krieges überrumpelte er die schwedische Schanze bei Anklam mit nur 30 Mann. 1717 wurde er in das Infanterieregiment von Weilig und Lottum versetzt, wo er am 21. Juni 1723 Oberst wurde und mit dem Regiment in sein neues Quartier in Ruppin verlegte. 1733 wurde Kronprinz Friedrich sein Regimentschef und so war Borke 1734 in dessen Gefolge bei der Truppenschau in Mühlberg. Als 1735 der Generalfeldmarschall Fink von Finkenstein starb, wäre er als ältester Oberst üblicherweise Regimentschef geworden. Stattdessen erhielt der Kommandeur des Regiments Andreas Joachim von Kleist dieses. Als Entschädigung versprach man Borke das nächste vakante Regiment. Zudem wurde er Dompropst von Kohlberg und erhielt ein Pfründe in Magdeburg mit der Genehmigung, sie verkaufen zu dürfen. 1736 erhielt Borke das Fusilierregiment von Badeleben und wurde am 19. Juli 1738 zum Generalmajor befördert. Nachdem 1740 Friedrich II. zum König gekrönt wurde, wandelte dieser das Fusilierregiment in ein Musketenregiment um. Im September des gleichen Jahres schickte er Borke mit 1200 Grenadieren und 400 Regenern in das Bistum Lüttich, um die preußischen Ansprüche auf die Herrlichkeit Herstal zu sichern. 1741 kehrte er mit den Truppen nach Brandenburg zurück und zog 1742 im Ersten Schlesischen Krieg mit dem König nach Böhmen. Am 17. Mai 1742 kämpfte er erfolgreich in der Schlacht bei Tschottusitz. Am 25. Mai 1743 ernannt in der König zum Generalleutnant. Im Zweiten Schlesischen Krieg kam er wieder nach Böhmen und wurde Kommandant von Breslau, wo er die neu errichteten Husareneinheiten organisierte. Nach dem Krieg bekam er die Erlaubnis, sich auf seine Güter zurückzuziehen. Dort starb er am 9. April 1747 Familie. Georg Heinrich von Borke war seit 1713 mit Maria Magdalene von Pudewilz aus dem Haus Rützenhagen verheiratet. Sie war die Tochter von Georg Joachim von Pudewilz und Anna Maria von Wedel aus dem Haus Schön. Das Paar hatte folgende Kinder, Joachim Heinrich, Martin Philipp, Erdmann Kurt Lemniskate, Marie-Sophie von Wedel aus dem Hause Latzko, Hermine Charlotta, Sophie Henriette, Lemniskate 1744, Oberist, Wachtmeister Philipp Georg Wilhelm von Borke.